Gucken wir noch was im Wurm kriegen und hier kriegen wir vielleicht noch... Ah mega Stärkung. Vielleicht haben wir ja Glück. So dreht sich. Schön wenn der andere sich auch konzentriert oder stirbt. Oder jetzt sterben. Okay einer is down. Ah endlich. Darf ich nicht so aufdrücken. Jetzt fällt mir gleich die Frucht wieder runter. Och komm roll mich nicht ganz ehrlich. Ja wie soll man das denn machen? Will er mich veräppeln? Kann ich hiermit... Nein das ist der falsche. Hm. Mist. Mist, Mist, Mist. Kann ich mit dem reden? Komm her. Hier ist auf jeden Fall nichts. Auf darauf hinweist. Aber wie soll man das denn auch tun? Hm. Das hatte ich letztem auch gefragt wo diese Hülle da auch ist. Da ist ein See. Da vorher war ja der Beutel. Da ist ja nur ne Hülle. Tja mal wie gehen wir hier am Meer entlang. Mal schauen mal ob wir irgendwas finden noch. Sonst ist sie gar nichts. Och nicht zwei Huxa-Uja. Wie Leaches. Seh ich nicht ein. Zwei Stück. Direkt Flammen. Na komm. Na komm. Ah der Goldman ist ja ganz gut. Der ist Gold wert. Was denn das Wort ist? Und die anderen Jungs haben auch richtig viel rein. Diese Faust war gerne wenn die hier richtig durchzieht. Ah jetzt komm. Orks wieder. Ah genau. Okay so kann ich es aufwerfen. Wie schnell wachst du. Blub da. Blub da. Blub da. Wie schnell wachst du. Blub da. Wie kriegen wir die geworfen. Das ist die Frage. Hier kann ich auch nicht runter oder? Ne. Puh. Joa. Hm. Stoßwebel. Würde ich sagen. Dann machen wir mal. Auf die hintere Gruppe. das geht auf jeden fall für alle und eine megastärkung ist immer besser gestärkt da ist verliebt macht gar keinen schaden mehr ein schaden okay das ist ertragbar die hinteren drei das heißt sie könnten jetzt vielleicht eventuell sterben ach du hast es nicht okay die sind down alter schwede zauber entgiftung erst an mich selbst dann machen wir vorne die hatte ich nicht auch entgiftung beschleunigung und dann machen wir zauber es war eh langsam entgift jengis doch bitte nicht scheiß viecher geht mal der schilder heil komm wir können es jetzt ganz schnell wenden hier auf mama okay das ist erledigt ach man warum musste das jetzt passieren oh man die war ich von hier aus weil er verbraucht gleich ganz viel mal dafür die heilung voll heilung noch einmal da ach klar man war klar und wieder zurück weil ich hab's ja auch versäumt da hinzuwerfen soll ich das hin denn hochwerfen gute frage nächste frage wir kommen über das mal tete 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 utes Ah, die anderen bräuch ich noch. Ich kann... Da kann ich noch was machen? Gut, die haben noch... Den Schall auf jeden Fall. Machen wir noch eine Vergiftung rein oder so? Ich weiß es nicht. Ich hab das Ding nicht mehr im Kopf. Und die Vergiftung abkonten oder nicht? Und wird getötet, super. Gleich mit besiegt. Lass rein. Ach, komm, ja. Wollt die mich rollen? Was haben wir hier? Uninteressant. Komm, wir nehmen das Weifers eh nochmal. Nochmal fix zurück. Wie kommen wir denn da hoch? Oder wie können wir das Ding denn hochwerfen? Ja, machen wir uns auch dumm und dämlich mit. Einfach, wenn dann... Jetzt haben wir gleich so eine zickere Stunde. Dann wollte ich hier um den Standreisen beim Speichern. Dass wir auf jeden Fall safe sind hier. Kann ja immer noch passieren, dass der Emulator einfach abstützt oder so. Und dann aber wenigstens was safe. Ja, wie soll ich das Ding jetzt hochwerfen? Ja, wie soll ich das Ding jetzt hochwerfen? Keine Ahnung. Kannst du mir erzählen, wie ich das hochwerfen soll? Kannst du mir erzählen, wie ich das hochwerfen soll? Ach komm, am Applecan. Machen wir das mal jetzt ganz einfach. Ich teleportier mal eben in die nächste Stadt. Mh... Arconia. Dann speichere ich eben kurz. Dann mache ich kurz einen Cut. Dass ich das auch erstmal habe. Auf jeden Fall eine Aufnahme im Kasten ist. Naja, tun wir erstmal. Uns voll heilen. Na, gib her. Ja... Gut geschlafen habe ich. Dann ist alles voller. Und ich gebe immer mir die Kirche. Das passt vollkommen. 59, jetzt noch mal eine Stunde. Super. Kann man nichts verkehrt machen bei den Folgen. Sicher Dann würde ich sagen Ich speichere jetzt noch die letzten Schritte Ich hoffe es hat euch gefallen Wir werden uns beim nächsten Mal sehen Und bis dahin Euer FlüchtlingP und Tschüss